So meine lieben Freunde, neues Hertha-Video, neues Sportvideo, neues Fußballvideo, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ja, es ist wieder die Zeit, wo die Gerüchteküche brodelt, wo der Wald flüstert und ich liebe diese Zeit. Auch wenn am Ende von 100 Gerüchten eins vielleicht stimmt, finde ich es immer sehr, sehr interessant, einfach darüber zu spekulieren. Auch wenn die Quelle meistens Vertrau mir, Bruder, ist von Transfermarkt.de oder so. Aber ich finde es einfach interessant, darüber zu diskutieren. Deswegen gibt es heute drei, oder wie Joche sagen würde, drei neue Gerüchte. Also beziehungsweise eins gab es schon von gestern, das ist wirklich Quelle, Vertrau mir, Bruder, um Nadim Amiri. Es geht um Dion Drenabeljo, habe ich schon immer gekannt, den Bruder, und Krovinovic, zwei kroatische Landsmänner. Und es geht natürlich um die Mega-Verluste, die die DFL von der Bundesliga und eben auch von Hertha bekannt gegeben hat aus der Corona-Saison 2020-2021. Es geht um Klinsmann, der hat sich nochmal zu Hertha geäußert. Es geht um die Mitgliederversammlungen, um das Bossbeben quasi, Boatengs Vertragsverlängerung und wer sind mögliche Kandidaten für das neue Präsidium. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Ja, lasst uns mal mit der Thematik des A-Junioren- beziehungsweise U19-Finales unserer Hertha-Mannschaft beginnen. Es gab ja dieses Jahr wirklich, wirklich wenig Erfreuliches zu berichten, aus sportlicher Seite generell, aber auch vom ganzen Verein Hertha-BSC. Eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht ist, dass Hertha U19 tatsächlich mit Michael Hartmann, der sein letztes Spiel für uns als U19-Trainer leider bestreiten wird, weil er danach zum FC Bayern in die Jugendabteilung wechselt. Die stehen im Finale. Morgen am Sonntag um 13 Uhr findet das A-Junioren-U19-Finale zwischen Hertha und dem BVB statt. Blöd ist nur, dass keiner der Bayern-Bosse und auch viele Fans gar nicht da sein werden. Normalerweise sind bei so einem U19-Finale natürlich schon einige Hertha-Fans auch am Start, aber die werden sich alle bei der Mitgliederversammlung tummeln, die bestimmt auch lange genug gehen wird. Die startet ja erst um 11 Uhr, Einlass ist ab 9.30 Uhr, wird morgen dazu auch eine Zusammenfassungsvideo machen. Ja, ist natürlich blöd geplant. Also, dass Hertha U19 ins Finale kommt, das konnte man natürlich zum Zeitpunkt, als die Mitgliederversammlung terminiert wurde, noch nicht wissen. Aber dass das Finale an diesem Datum stattfindet, das wusste man schon. Also fragt man sich schon, naja, was ist denn das schon wieder für eine Planung? Also, es war schon relativ aussichtsreich, dass unsere Hertha U19 da im Finale landet und dass wir dann eben da während der Mitgliederversammlung nicht hin können als Fans, als auch als Verantwortliche, die sich sowas schon mal anschauen sollten. Gerade wenn Hertha gewinnt, ey, dann gewinnst du da, wie die BZ auch betätigt hat. Dann gewinnst du da die Meisterschaft, die A-Jungenmeisterschaft und keiner der Bosse sieht das Spiel sich überhaupt live an. Also, das ist schon ein Armutszeugnis. Meines Erachtens nach hätte man eine Mitgliederversammlung auch an einem anderen Sonntag machen können oder an einem anderen Tag, aber wahrscheinlich sind da die meisten dann schon im Urlaub. Ich weiß nicht, was da das Problem war. Also, wenn man ein bisschen Weitsicht hat als derjenige, der die Mitgliederversammlung plant und terminiert, dann hätte man das in weiser Voraussicht nach auch ein bisschen besser planen können. Alleine schon, was die Wertschätzung angeht. Da sind dann viel mehr Hertha-Zuschauer. Die haben doch dann Bock für Hertha, auch für die Profis zu spielen, wenn da so viele Zuschauer kommen. Unabhängig jetzt mal von dem Präsidium. Aber es werden ja auch viele gar nicht hingehen können, weil sie eben bei der Mitgliederversammlung sind, die ja essentieller jetzt einfach erstmal kurzfristig für uns ist. Aber auch die ganzen Bosse werden nicht da sein. Kein Bobic, kein Kaderplaner, kein Chefscout. Also, das finde ich schon, ich möchte nicht sagen Armutszeugnis, aber sehr, sehr schlecht mal wieder von Hertha geplant. Es ist einfach wieder typisch Hertha, wie wir immer alles planen. Ob das jetzt mit Ticketverkäufen ist, ob das unser U19-Finale ist. Es läuft alles immer komplizierter, als es sein müsste. Ja, auch wenn natürlich, muss man sich auch nichts vormachen, mit das Präsidium und die Geschäftsführung in den verschiedenen Bereichen, die dann eben bei der Mitgliederversammlung Sprecherzeit bekommen, glaube ich, schon mehr Lust hätten auf das U19-Finale von Hertha, als sich eben dieser Mitgliederversammlung zu stellen. Bobic hat ja in seinem XXL-Interview auch so ein bisschen beschwichtigt. Da könnt ihr gerne auch reinschauen. Ich lade es jetzt nicht extra auf YouTube hoch, aber könnt ihr gerne bei Twitch, wenn ihr Abos habt, euch den Stream von gestern nochmal reinziehen. Da haben wir eine anderthalbstündige Reaction auf seine Pressekonferenz gemacht. Also das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber die Mitgliederversammlung wird natürlich auch sehr, sehr brisant. Der Berliner Kurier hat geschrieben, ja, wie geht es denn jetzt nach dem Bossbeben überhaupt weiter? Fakt ist ja eins, ja, Präsident Werner Gegenbauer tritt zurück. Dementsprechend muss es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben. Auf der Mitgliederversammlung wird dann, ja, der neue Präsident gewählt. Und am Mittwoch gab es die erste Präsidiumssitzung dann eben ohne Werner Gegenbauer, laut Berliner Kurier. Und da wurde dann eben auch diese außerordentliche Mitgliederversammlung terminiert. Laut Berliner Kurier ist diese dann am 3. Juli, was ebenfalls wieder ein Sonntag ist, wo ich dann hoffentlich endlich mal teilnehmen kann. Und ja, da gibt es halt einige, bisher wenige Kandidaten. Also offiziell richtig beworben hat sich Kai Bernstein. Der wird ja auch am Mittwoch bei uns auf Twitch live sein. Da werden wir einen ein-, zweistündigen Talk machen, unseren Diagonalball mit Kai Bernstein, wo ich auch nochmal auf Instagram folgt bin. Bitte gerne auf Instagram, Link ist unten in der Beschreibung, werde ich am Dienstag nochmal eine Fragerunde machen. Da könnt ihr mir alle möglichen Fragen an Kai Bernstein stellen. Und ich werde dann ein paar auswählen als Fanfragen oder Communityfragen, die ich ihm dann am Ende des Gesprächs nochmal stelle. Dass ich eben nicht nur meine Fragen stelle, er sich nicht nur so vorstellen kann, wie er es will, sondern dass ihr ihn auch mal explizite, meinetwegen auch kritische Fragen natürlich stellen dürft. Ja, der ist natürlich ein Kandidat, der 41-Jährige, ehemals aus der aktiven Fanszene und jetzt eigenständiger Unternehmer. Dann hat sich ja Marco Hennig, unser geliebter, liebster YouTuber nach mir selbst natürlich, der Herr Tana, der will sich ja auch zur Wahl stellen, weil er eben mit Kai Bernstein nicht zufrieden ist. Also den würde er nicht wählen. Und solange es keinen Gegenkandidaten gäbe, wie er sagte, den er unterstützen würde, würde er sich selber aufstellen. Das ist der Fall. Noch wissen wir nicht so wirklich viel über ihn. Da muss natürlich noch viel, viel mehr kommen. Aber er ist so der zweite Kandidat, der sich aufstellen würde, der es öffentlich gesagt hat. Sonst gibt es noch keine offiziellen Kandidaten. Gestern hat er ja Marco bei uns im Stream gesagt, er geht schon davon aus, dass sich noch zwei, drei weitere aufstellen werden. Aus den Gremien hört wohl der Berliner Kurier, dass sich Thorsten Manske aufstellen lassen will. Er ist ja bis jetzt Vizepräsident des jetzigen Präsidiums. Die Frage ist halt nur, ja, da liegt halt ein Abwahlantrag gegen das gesamte Präsidium, also auch gegen Thorsten Manske vor. Wenn er natürlich am Sonntag jetzt abgewählt werden sollte aus dem Präsidium, dann sind natürlich die Erfolgsaussichten relativ gering, dass er sich da als Präsident aufstellen lassen könnte. Abwahlanträge liegen gegen das gesamte Präsidium vor, inklusive eben Manske für Sonntag, auch Norbert Sauer, Ingmar Pering, Fabian Drescher, Anne Jüngermann und Per Mock Stümer. Die könnt ihr alle abwählen oder eben auch nicht, was eure Meinung da ist. Ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, wen, wenn ich jetzt hier Marco, den Herr Taner, ihn liebe ich ja, ich weiß nicht, ob ich ihn wählen würde, ich weiß auch nicht, ob ich Kai Bernstein wählen würde, da brauche ich noch viel, viel mehr Information. Ich für mich würde aber sagen, da will ich euch auch nicht beeinflussen, würde auf jeden Fall nicht den Thorsten Manske wählen, unabhängig davon, dass ich natürlich gar nicht von außen einschätzen kann, wie gut seine Arbeit dem Verein getan hat und ich ihm da vielleicht auch gar nicht gerecht werden würde. Aber warum würde ich ihn nicht wählen? Naja, wir machen jetzt hier den Mega-Umbruch dieses Jahr. Letztes Jahr haben wir schon den Management-Umbruch gehabt, jetzt machen wir hier den Mega-Präsidiums-Umbruch plus Kader-Umbruch. Ich finde, dann sollte man auch, wie man immer so schön sagt, alle alten Zöpfe abschneiden und dann muss es einen kompletten Reset, einen kompletten Neustart geben und dann kann ich nicht wieder, wenn wir hier die ganze Zeit lesen, von Magath und allen möglichen Leuten, wie verkrustet der Verein ist, dann kann ich nicht, natürlich, man sagt ja immer so schön in der Umgangssprache, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das ist natürlich dann der Präsident, aber ich meine, seine ganzen in dem Sinne Gefolgsleute, das gesamte Präsidium, auch wenn die eben nicht immer mit ihm komplett einer Meinung waren, wenn man das alles hört, von Magath, von Klinsmann, damals diese verkrusteten Strukturen, ich finde, dann sollte man jetzt nicht so weitermachen, wie wir es früher immer gemacht haben und den ehemaligen Vizepräsidenten zum Präsidenten erwähnen. Also wie soll sich dann wirklich was ändern? Vielleicht werde ich ihm da auch ein bisschen ungerecht, weil ich in die Arbeit gar keine Einblicke soweit habe, aber so ist es ja manchmal. Manchmal muss man ja auch Politiker wählen, auch wenn es Leute gibt, die da viel mehr Ahnung haben und dann sagen, ey, wie entscheidet sich denn da das Volk in dem Sinne? Ja, das Volk ist vielleicht einfach nicht so gut informiert, genauso wie ich nicht, aber rein vom Neustartsgedanken her, den ja auch Gegenbauer selber gesagt hat, er geht, damit es einen Neustart für den Verein geben kann, naja, dann mach doch einen kompletten Neustart, dann mach einen kompletten Neustart. Ich bin mir sicher, dass ich ihn nicht wählen würde. Bei den anderen beiden Kandidaten kann ich es noch nicht sagen, müsste ich mir noch genauer angucken und das auch noch genauer abwägen. Vielleicht kommt ja auch noch ein anderer Kandidat, aber den würde ich sicherlich nicht wählen. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben, wenn es jetzt nur diese drei Kandidaten geben würde, mit den Informationen, die ihr bis jetzt habt, viele sind es natürlich nicht. Da hat Kai Bernstein schon so die meisten Informationen von sich preisgegeben, was er vor allem auch vorhat mit seiner Seite wie Herr Tana. Wen würdet ihr denn Stand jetzt als neuen Präsidenten wählen, wenn es keinen anderen gibt? Oder würdet ihr gar nicht abstimmen? Das wäre ja auch mal eine interessante Sache. Ja, dann hat sich Klinsmann mal wieder über Hertha geäußert. Klinsmann hat ja wirklich schon von Kindheit an, sein Vater war glaube ich Hertha-Mitglied, eine längere Hertha-Vergangenheit. Ist ja damals sehr, sehr in Ungnade gefallen, nachdem er gegangen ist. Aber ich habe ja wie gesagt, damals schon gesagt, und da war ich nicht der Einzige, das haben sehr, sehr viele gesagt, inhaltlich werden die ganzen Sachen, die er gesagt hat, schon stimmen. Das konnte man auch von außen schon absehen. Aber die Art und Weise, wie er es halt gemacht hat, dann einfach abzuhauen, war halt nicht einfach. Jetzt hat er sich aber auf jeden Fall nochmal geäußert. Mit der rheinischen Post hat er gesprochen. Und da kann ich mal zitieren, was er gesagt hat. Grundsätzlich zeigt das Beispiel Hertha, dass Erfolg ein Gesamtergebnis vieler kleiner Punkte ist. Die Zusammenstellung des Teams, das Zwischenmenschliche, die Energie im Club, die Verantwortlichkeiten, die Rollen der Gremien. Es muss alles passen, sonst nützen auch große Investitionen nicht. Das ist ja nichts anderes, als was er damals gesagt hat. Und das, ja, ganz ehrlich, das ist ja auch das größte Problem bei Hertha, brauchen wir uns nichts vormachen. Und das wird jetzt auch, weil ich ja gestern, also da habe ich ja ganz schön Gegenwind bekommen, als ich ein bisschen was gegen Bobic gesagt habe, auch wenn ich trotzdem noch meine Analyse zu ihm mache. Und als ich mich über Schwarz geäußert habe, haben auch einige gesagt, oh ey, jetzt sei doch nicht wieder so negativ und so weiter. Andere haben gesagt, ich stimme dir da vollkommen zu. Ja, ich glaube auch nicht, dass ein Sandro Schwarz das jetzt lösen kann. Das kann auch gar nicht seine Aufgabe sein. Wir müssen da die alten Strukturen komplett aufbrechen. Deswegen, wie gesagt, würde ich auch keinen Mannske wählen. Und natürlich habe ich trotzdem noch die Hoffnung, dass es ein Bobic hinbekommt, auch wenn es eine Mammutsaufgabe ist. Natürlich habe ich die Hoffnung, dass er es mit Sandro Schwarz hinbekommt, wenn er denn jetzt wirklich Trainer wird. Wobei da ja auch schon gestern wieder einige Quellen im Internet aufgetaucht sind, wie vertrauenswürdig die jetzt sind. Na gut, schauen wir mal, dass der Aufsichtsrat das wohl noch nicht abgesegnet hat mit Sandro Schwarz. Wohl auch wegen dieser ganzen Russland-Ukraine-Thematik, wozu ich mich jetzt nicht nochmal gesondert äußern will. Aber ja, das wird natürlich für Schwarz und Bobic eine Mammutaufgabe. Aber natürlich drücke ich da die größten Daumen, weil grundsätzlich hat Klinsy da natürlich schon recht. Andersrum muss man auch sagen, ja, wenn so viel verändert werden muss in einem Verein, warum bist du dann damals abgehauen? Aber da kann man natürlich dann auch wieder als Argument für Klinsmann finden, mit Gegenbauer war dieser Umbruch vielleicht gar nicht möglich. Er hat einfach gemerkt, dass er da bei dem Präsidium auf Granit stößt. Die wollen sich nicht verändern und deswegen ist er damals wahrscheinlich abgehauen. Also natürlich bin ich einerseits schon sauer, dass er uns damals so im Stich gelassen hat, aber die Art und Weise geht einfach gar nicht. Aber wie gesagt, inhaltlich war ich von Anfang an der Überzeugung, dass er damit schon ein Schwarze getroffen hat und dass man das eigentlich nicht von der Hand weisen kann, dass das, was er eben sagt, stimmt. Jetzt muss ich auch nochmal eine Sache zu Sandro Schwarz sagen, ohne mich da jetzt rechtfertigen zu wollen oder so. Aber viele Leute, ich habe tolle Kommentare gelesen, auch Kommentare, die nicht meiner Meinung sind, finde ich ja völlig okay, solange ihr mich nicht anfrontet hier. Aber ihr dürft immer nicht vergessen, natürlich ist unsere Community wahnsinnig gewachsen in den ersten 15 Monaten, seitdem ich YouTube mache. Aber mein Hintergedanke dieses YouTube-Kanals war ja erstmal aus meiner Sicht, einfach nur YouTube-Videos zu machen, damit ich Leute habe, mit denen ich mich über Hertha austauschen kann, weil mein Freundeskreis halt rar gesät ist mit Hertha-Fans. Das zweite Ziel war, Hertha einfach beliebter und bekannter zu machen, was wir ja, oder besser über die aufzuklären, was wir ja auch hinkriegen. Wenn ich jetzt so eine Meinung sage, ich bin hier kein Journalist, ich möchte das nochmal sagen, das ist hier kein journalistischer Kanal und das ist auch gar nicht mein Ziel, weil dann hätte ich gar keinen Spaß mehr dran, sondern meine Meinung, natürlich beeinflusse ich dann zwangsläufig auch Leute, wenn ich meine Meinung sage, aber das ist ja nicht zu verhindern, wenn man einen YouTube-Kanal hat. Aber dieser YouTube-Kanal, und das ist auch weiterhin mein Ziel, soll mir auch Spaß machen. Ja, weil, wie gesagt, ich habe, das ist hier nicht mein Hauptberuf, auch wenn es vielleicht irgendwann mal mein Ziel wäre, das als Hauptberuf vielleicht zu machen, wenn es irgendwie überhaupt realistisch ist bei so einem Nischen-Kanal. Aber unabhängig davon möchte ich hier YouTube nicht machen, wenn es mir keinen Spaß macht. Das heißt, dieser Kanal bedeutet einfach nur, ich spreche mit euch hier, auch wenn ich euch gar nicht kenne, also zum großen Teil nicht kenne, viele kenne ich ja, ich spreche hier mit euch, als ob ihr hier neben mir auf der Couch sitzt. Und dann sage ich halt so eine flapsigen Sachen wie, ich bin mir sicher, der ist im März 2023 nicht mehr Trainer bei Hertha. Das ist natürlich keine fundierte Aussage. Und natürlich können da Leute sagen, na, gib ihm doch mal eine richtige Chance. Leute, wie gesagt, dieser YouTube-Kanal ist einfach nur, das macht mir einfach am meisten Spaß. Das ist so, als ob ihr meine Kumpel seid, mit denen ich über Hertha spreche. Und das möchte ich auch nicht ändern, weil sonst würde ich den Spaß verlieren, wenn ich hier alles immer nur unentschlossen äußere und sage, es könnte funktionieren, kann aber auch nicht sein, das spricht dafür. Nee, ich sage halt meine Meinung und das ist meine Meinung. Und der Kanal wird auch so bleiben. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn es da viele gibt, die dann anderer Meinung sind und das so nett und fundiert reinschreiben, solange sie eben nicht vollkommen anfangen zu haten. Dann braucht ihr euch die Videos nicht angucken, weil ich werde so bleiben. Ich werde weiterhin meine Meinung so kundtun, weil mir das einfach am meisten so Spaß macht. Das nochmal als Klarstellung zu dem Video gestern. Ja, dann gab es noch eine Information, Boateng würde einer Verlängerung gerne zustimmen, ja, bei Hertha BSC. Ich meine, er ist jetzt mittlerweile 35, würde wahrscheinlich seine Karriere gerne bei Hertha beenden und hat ja auch maßgeblich zum Nicht-Abstieg beigetragen. Ob das jetzt, also da sind ja die wildesten Sachen aufgetaucht in Interviews, dass er gesagt hat, ja, er hat die Ansprache vor dem Spiel in Hamburg gehalten, er hat die Mannschaft aufgestellt, etc., etc. Natürlich ist er ein absoluter Lieder. Das ist schon so eine Form wie Spielertrainer, kann man fast sagen. Und er ist auch eine unglaublich wichtige Person, zumal er für mich auch noch, obwohl er mindestens genauso viele gesundheitliche Probleme hat und so langsam ist wie Sami Khedira einst bei uns, als wir ihn verpflichtet haben, finde ich, dass man bei ihm noch viel, viel mehr merkt, wie wichtig er für die Kabine und die Mannschaft ist. Das hat man ja spätestens gesehen, wie gesagt, an dem Rückspiel in Hamburg, aber auch schon bei einigen anderen Spielen, wie zum Beispiel in Augsburg oder gegen Stuttgart. Von daher verstehe ich auch vollkommen, wenn man mit ihm verlängern würde, jetzt hat er sich natürlich, also ein Schelm, wer würde es dabei denken, jetzt hat er sich gestern geäußert, also sorry, könnt ihr euch das Meme gerne auf meiner Instagram-Seite angucken, aber das geht nicht anders, da kann ich einfach mich ist unter den Sportdirektoren der Lionel Messi, also Lionel Bobic, 3-6-1, ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, er will einen neuen Vertrag, nochmal schön Bobic in den höchsten Tönen gelobt. Ich sage ja gar nicht, dass Bobic der schlechteste Manager ist oder dass er nicht gut ist, aber das war mir dann doch ein bisschen zu Matsch, vor allem im gleichen Atemzug, wo man davon spricht, dass man gerne verlängert werden würde, aber ich stehe dem trotzdem positiv entgegen. Ich würde tatsächlich mit Boateng verlängern, einfach als so eine Art, ja, der ist dann so eine Art wirklich Spielertrainer, Teammanager und Spieler in einem. Wir müssen uns nichts vormachen, gesundheitlich wird es tendenziell eher schlechter, es kann sein, dass er noch weniger Power hat und noch kürzer nur spielen kann, noch bei noch weniger Spielen mitmachen kann, weil er einfach Probleme hat mit seiner Gesundheit, weil er nicht fit genug ist, aber dann gibt ihm einfach, das würde ich ja bei Pekarik genauso machen, da habe ich auch ein Video gestern drauf reacted, auf meinem Zweitkanal, könnt ihr euch auch reinziehen, auf jemand anderen, der gesagt hat, wer die Schlüsselspieler für Herta sein sollte, der auch sagte, Boateng wäre ein wichtiger, dann kannst du halt ihm, und Pekar, weil das wirklich gute Profis sind, die uns weiterführen, Pekarik so eher der Musterprofi, Boateng so der emotional leader und ein bisschen bad boy, gibt den beiden extrem, extrem leistungsabhängige Verträge, wenn sowas eben geht, wenn man sich da einigen kann, gibt den irgendwie 20% Grundgehalt, was sich eben um 80% erhöhen kann bei Siegesprämie, ja, oder bei Spielen, die er wirklich über, weiß ich nicht, 75 Minuten gespielt hat, ja, natürlich kannst du Boateng jetzt nicht nochmal, ich weiß nicht, was der bekommen hat, aber bestimmt eine Million im Jahr oder 800.000, das kannst du ihm nicht einfach als Grundgehalt geben, plus Spielprämien, das geht wirklich nicht, sorry Leute, das ist nicht okay, aber wenn du so einem Mann im gehobenen Alter, der eben auch nicht so fit ist, wie Ibrahimovic nochmal, ja, einen extrem leistungsbezogenen Vertrag gibst, warum sollte er nein sagen, ihm liegt doch Hertha auch am Herzen, er will doch auch gerne hierbleiben, hat er glaube ich selber auch kein Problem mit und wir würden uns auf jeden Fall einen sehr großen Gefallen tun. Wie steht ihr dazu, das hatte ich euch schon mal gefragt, aber jetzt, das hatte ich euch gefragt, bevor er eben auch dieses krass entscheidende Spiel, wo er fast 90 Minuten durchgehalten hat, in Hamburg abgeliefert hat, sagt mir doch mal, wie ihr dazu steht, ob ihr Boateng halten würdet oder eben nicht. Bevor wir jetzt zu den drei Gerüchten kommen, es wird schon wieder ein mega langes Video hier, aber es gibt einfach so viele Nachrichten, die Mega-Verluste, die DFL hat die Verluste, ich sag mal, der Corona-Saison veröffentlicht, 2020, 2021 und ja, wie sollte es anders sein, Hertha sticht hervor, deswegen umso interessanter morgen der Bericht, wie es finanziell um Hertha steht, wie sollte es anders sein, Hertha, der schlechteste Klub, was die Gewinnerzielung angeht, im Jahr, in der Saison 2020, 2021, wir haben ein sagenumwobenes Defizit erzielt von minus 78 Millionen und jetzt erklärt sich auch, wenn wir da das größte Defizit von allen erzielt haben in dieser Saison, warum Bobic eben letztes Jahr so ein großes Transferplus erwirtschaften musste, was auf jeden Fall ein Pluspunkt für ihn ist, wo ich ihn auch in meiner Analyse in Schutz nehmen werde, weil dafür kann er nichts und damit hat er auch nicht gerechnet. Deswegen musste er einen Transferplus erzielen und deswegen müssen wir auch dieses Jahr, so wie er es in seinem Interview gesagt hat, wieder einen Transferplus erzielen. Keine Ahnung, wie hoch das sein muss. Er sagte, einen großen Transferüberschuss, also da kann ich nur davon ausgehen, dass es wieder 20, 30 Millionen sind, wo mir schon wieder Angst und Bange wird, weil es gibt einfach ganz viele Spieler, die wir einfach, wofür wir keine Ablöse bekommen, auch wenn die noch Vertrag haben. Ich rede von einem Selke, ich rede von einem Luke Bakio, den wir kaum Leute kaufen, vor allem bei den Gehältern, die die beiden fahren und von daher wird das natürlich wieder eine Mammutsaufgabe für Bobic. Trotzdem kann man ihm da nicht von seinen Fehlentscheidungen rausnehmen, aber das ist natürlich schon sehr, sehr heftig und da muss man, das habe ich gestern im Stream auch schon gesagt, da gibt es halt so viele Eventualitäten. Einige sagen jetzt, ohne Lars Windhorst wären wir schon längst pleite gewesen, die anderen sagen, ohne Lars Windhorst wären wir gar nicht in dieser Situation. Ich glaube, es ist ein Mittelding aus beidem. Dafür kann er jetzt nichts, aber wenn Lars Windhorst nicht eingestiegen wäre, hätten wir unter Michael P. und unter Klien sie gar nicht Spieler gekauft, die dieses extreme Gehaltgefüge, ich sage nur Piontek, Tussar, was weiß ich noch wen, diese Luke Bakio, so eine Spieler hätten wir ja gar nicht verpflichtet mit so exorbitant hohen Gehältern, wenn wir das Geld von Windhorst nicht bekommen hätten. Ergo hätten wir wahrscheinlich auch nicht so ein ganz krasses Minus erzielt. Andersrum ist natürlich auch sehr, sehr viel Geld ins Eigenkapital geflossen durch Windhorst. Wir haben das Eigenkapital ja auf rund 100 Millionen erhöht, da bin ich mal auf die Zahlen morgen sehr gespannt. Andersrum kann man natürlich sagen, auch wenn der Kader wäre, hätten wir finanziell extreme Probleme bekommen und hätten nicht mal Eigenkapital in der Hinterhand gehabt. Also vielleicht Stünde ist dann noch schlechter. Da weiß man dann wirklich nicht, wie man das von außen betrachten soll. Auf jeden Fall ist natürlich das schlechteste Ergebnis aller Bundesliga-Klubs einfach miserabel. Der zweitschlechteste Klub war Borussia Dortmund mit rund 73 Millionen Defizit. Die haben aber dann im Folgesommer, also 2021 Hals Sancho, für mehr als 80 Millionen verkauft und konnten das dementsprechend ein bisschen ausgleichen. Gut, wir haben uns zwar Tafelsilber auch verkauft mit Kunja, aber wir sehen ja, wir haben halt das noch größere Transferminus, äh, Transferminus, das noch größere Defizit als die Dortmunder und konnten eben keinen Spieler für 80 Millionen verkaufen. Deswegen kein Wunder, dass wir im Winter kein Geld hatten. Deswegen auch kein Wunder, dass Bobic jetzt wieder ein Transferplus erzielen muss. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die Zahlen morgen. Um uns steht es wahrscheinlich deutlich schlechter, als wir alle denken. Ganz ehrlich, deswegen wird auch Ingo Schiller wahrscheinlich in weiser Voraussicht nach schon zurückgetreten sein, würde ich mal von ausgehen, nach 24 Jahren Hertha. Generell muss man aber auch sagen, dass 15 der 18 Bundesliga-Clubs alle in Corona-Zeiten Defizite geschrieben haben. Natürlich nicht in diesen Summen wie Hertha, deutlich weniger. Wir sind da mit Abstand eben die Schlechtesten und mit Dortmund, aber trotzdem ist natürlich, das zeigt auch wieder was auf. Es zeigt wieder was auf. Wir sind da, Fußballvereine sind natürlich Vereine und keine Unternehmen, aber trotzdem sollte man natürlich nicht so krass an der Grenze arbeiten, dass wenn dann eben mal sowas wie Corona passiert und einer Seite der Einnahmen vielleicht wegbricht, wie unter anderem eben Zuschauer-Einnahmen, dass dann jeder Verein gleich Minus schreibt, zeigt eben auch, nicht nur in der Bundesliga, das ist in anderen Ländern auch nicht besser, bloß da gibt es halt mehr Geldgeber, zeigt halt einfach, wie ungesund dieses Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben bei Fußballvereinen generell im Profibereich ist. Also das ist wirklich eigentlich keine gesunde Entwicklung. Eigentlich müsste ein Verein trotz so einer Phase, kann es nicht sein, dass da 13 Vereine, äh 15 Vereine mit einem Minus aus der Saison gehen und nur drei ein Plus erwirtschaften und da gibt es eben auch wieder ein positives Beispiel, denn welcher Klub, welcher Klub ist der, der den größten Gewinn erzielt hat, auch in dieser Corona-Saison der SC Freiburg und da siehst du einfach, die arbeiten halt einfach gut, die arbeiten nachhaltig, die geben nur das Geld aus, was sie können, die haben keinen zu hohen Kostenapparat, holen aus dem Geld, was sie haben, das Maximale halt auch sportlich raus, dementsprechend gibt es dann halt auch ab und an mal mehr Fernsehgelder oder Teilnahmegeld an gewissen Wettbewerben, weil man da relativ weit kommt, wie zum Beispiel DFB-Pokal, jetzt dieses Jahr, also die arbeiten ja sehr gut, die haben tatsächlich einen Plus erwirtschaften können von rund 10 Millionen Euro, wahnsinnige Leistungen, natürlich kann man jetzt auf der einen Seite sagen, die sind auch nicht ganz so abhängig wie Borussia Dortmund von Zuschauereinnahmen, weil wenn Dortmund keine Zuschauereinnahmen hat, dann fallen gleich mal 80.000 Zuschauer weg, bei Freiburg damals noch im älteren Stadion und im Breisgau waren es natürlich nur, weiß ich nicht, um die 25.000 oder so, die dann weggefehlt haben, das ist natürlich schon ein Unterschied, aber trotzdem arbeitet der SC, also das siehst du an dieser Statistik sehr, sehr gut, weil die ja, die haben natürlich auch einige Sponsoren, aber die haben eben nicht wie RB Leipzig oder Bayern so eine Megasponsor, die machen es einfach gut, die machen es einfach gut, muss man einfach so sagen. Wer waren die anderen beiden Klubs, die auch kein Minus erzielt haben? Das war RB Leipzig zum einen mit 3,7 Millionen plus, gut, da weiß ich mal nicht, wie viel dann Sponsorengelder dann auf einmal mehr vielleicht reinfließen, kann ich nicht nachvollziehen, vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht haben sie auch einfach gut gearbeitet, so sehr man RB nicht mag, man muss trotzdem sagen, was Gehaltsobergrenzen und so weiter angeht, bleiben sie sich einigermaßen treu, also die zahlen jetzt keine Ablösesummen im Bereich von irgendwie 50, 80 Millionen, die zahlen auch keine Gehälter von 10 Millionen, also da sind die schon sehr gut drin und wenn einer mehr verdienen will, wie jetzt ein Kunku, dann muss er halt den Verein verlassen, dann macht man auch wieder einen Plus, aber trotzdem weiß man halt nicht, wie viel Geld da von Red Bull am Ende reinfließt. Ja, und der FC Bayern, auch der relativ gut aufgestellt, hat halt kein Plus gemacht, aber trotzdem mit, kein großes Plus gemacht, aber trotzdem halt mit 2,3 Millionen Gewinnen mit schwarzen Zahlen geschrieben, auch in der schweren Phase, wo alle anderen 15 Vereine halt Minus geschrieben haben, liegt natürlich auch an Champions-League-Teilnahme etc. und Meisterschaft, aber das ist mal so ein Beispiel, gerade Freiburg, wie man eben arbeiten kann, dass man sogar in absoluten Krisenphasen, wo alle Mannschaften Probleme haben, dass man keine Probleme hat und sogar einen Plus erzielt, ja, und so viel dann dazu, Corona trifft alle Leute gleich, ja, es trifft alle Leute gleich hart, aber es gibt halt Leute, die das verkraften können oder Vereine, die es verkraften können, weil sie nachhaltig arbeiten und Vereine, die es eben nicht verkraften können, weil sie es eben nicht tun. So, jetzt kommen wir zu unseren Gerüchten. Lasst uns anfangen mit Krovinovic, ja. Ja, ich freue mich ja, dass jetzt endlich mal die Osteuropäer auch jetzt aus Kroatien in dem Falle bei uns im Gespräch sind. Das hat ja schon super geklappt. Bobic arbeitet da mit einem so einem Spielerberater zusammen, der ihnen immer mal wieder tolle Spieler auch gebracht hat nach Frankfurt, ob es ein Jovic war, ob es ein Kostic war und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich ja auch gehofft, dass wir da auch mal einen Osteuropäer holen, weil ich finde, die sind immer relativ günstig einzukaufen, die haben hohes Entwicklungspotenzial, die hängen sich oft richtig rein. Das soll jetzt keine Verärgemeinerung sein, aber die Spieler, die man halt so sieht, ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Markt, da Ex-Jugoslawien, unter anderem eben auch Kroatien. Und jetzt ist bei uns laut Transfermarkt.de Krovinovic im Gespräch. Wer ist Krovinovic? Krovinovic ist ein 26-jähriger zentraler offensiver Mittelfeldspieler von Khayduk Split aus der kroatischen Liga. Ich glaube, die waren letztes Jahr Zweiter. 1,75 ist er groß und hat einen Marktwert von 4 Millionen. Noch ein Vertrag bis 2024 bei Khayduk Split. Jetzt schreiben die Quellen bei Transfermarkt.de, dass man wohl bereit wäre, rund 5 Millionen Euro zu bezahlen, wo ich mich wieder frage, Leute, welche Positionen brauchen wir wirklich? Also ich habe gar kein Problem, ich kann den gar nicht einschätzen, wir können uns gleich mal die Statistiken angucken, ist schon ein guter Spieler. Aber warum geben wir jetzt, wenn wir kein Geld haben, 5 Millionen schon wieder für einen zentralen Mittelfeldspieler aus, wenn wir doch eigentlich für diese Position ein Riesentalent haben, wo alle aus dem Verein, inklusive Spieler, als auch viele Fans sagen, ey, das ist einer der besten fußballerischen Spieler bei uns im Kader, Ekellenkamp, für 3 Millionen letztes Jahr verpflichtet haben. Blockier dem doch nicht schon wieder seinen Weg. Oder Suat Serda, der hat die ganze Zeit auf dem Flügel gespielt, der muss in der Zentrale auf der 8 oder auf der 10 spielen. Warum sucht man jetzt schon wieder nach zentralen, offensiven Mittelfeldspieler? Für mich würde das nur Sinn machen, wenn wir vielleicht ein Angebot für Suat Serda haben, vielleicht im zweistelligen Millionenbereich, dass wir ein kleines Plus machen, weil wir ihn letztes Jahr für 8 Millionen verpflichtet haben, was ich schade fände, aber auch nachvollziehen könnte, weil das wahrscheinlich ein Topverdiener ist, der, ja, muss man sagen, außer im letzten Spiel das letzte halbe Jahr nicht mehr gezeigt hat, dass er hier alles gibt für Hertha, was sich ja auch schon damals bei Schalke angedeutet hatte und so ein bisschen immer den Kopf hängen lassen hat und null Bockhaltung hat. Und wenn man für den halt, keine Ahnung, vielleicht aus England irgendwie vielleicht sogar 12 Millionen kriegen kann, deutlich über Marktwert, dann macht es natürlich Sinn, ihn zu verkaufen und sich dann neu zu verstärken mit einem, vielleicht für 5 Millionen aus der kroatischen Liga. Wir können uns mal die Statistiken angucken. Er hat dieses Jahr Raidouk, 32 Spiele, sieben Tore, sechs Vorlagen, kam erst im letzten Jahr von Benfica Lissabon aus der portugiesischen Liga, also hat sich auch schon in einer für mich besseren Liga durchsetzen können, also hat er zumindest einige Spiele gemacht. Also letztes Jahr hat Raidouk für ihn anderthalb Millionen bezahlt, also auf jeden Fall wäre es auch für die ein gutes Transferplus, wenn sie ihn für 5 Millionen an uns verkaufen würden. Bei Benfica kam er insgesamt auf 28 Spiele, zwei Tore, eine Vorlage, war aber nicht unumstrittener Spieler, sondern eher so Ergänzungsspieler und hat auch vorher bei Benfica B gespielt. Sein Jugendverein war NK Zagreb, da hat er insgesamt 78 Spiele und 13 Tore und sechs Vorlagen für die erste Mannschaft erzielt, hat vorher auch, bevor er zu Benfica gewechselt ist, auch in der zweiten portugiesischen Liga gespielt, bei Rio, AWFC, 50 Spiele, sieben Tore, vier Vorlagen dabei erzielt und hat auch schon ein Intermezzo in der Premier League gehabt, ja, bei West Bromwich Albion, also auch in einer richtigen Topliga durfte er schon spielen, wobei die meisten von den 55 Spielen für West Bromwich hat er in der zweiten englischen Liga in der Championship bestritten, insgesamt hat er für West Bromwich 55 Spiele, drei Tore, vier Vorlagen und davon elf Spiele ohne Torbeteiligung in der ersten englischen Liga der Premier League. Für kroatischer Nationalspieler ist er noch nicht, kann er noch werden, für die U21 hat er immerhin elf Spiele und ein Tor erzielt, also ich finde, das ist ein interessanter Transfer, aber wie gesagt, der würde für mich nur Sinn machen, man weiß ja auch nicht, ob er dann richtig sitzt, der Transfer, aber der würde für mich nur Sinn machen per Mann, Serdar eben auch für mehr als acht Millionen abgibt und da eben nach einem Jahr schon einen Transfer Plus erzielen kann, weil ich denke mal, dass ein Kro Winovic auch weniger Geld verdienen würde als ein Suat Serdar und sich richtig reinhängen würde. Andersrum will ich natürlich auch einem Ekellenkamp nicht schon wieder die Möglichkeit nehmen, mal wirklich viel Spielzeit zu sammeln, weil der ist mega jung, der braucht Spielzeit und wenn er nicht spielt, dann muss er verliehen werden, weil der ist ein Riesentalent, wozu haben wir den dann gekauft? Könnte natürlich auch gut sein, wer weiß das schon, dass Sandro Schwarz oder wer dann tatsächlich auch Trainer bei uns wird, vielleicht so wie Werder Bremen mit zwei Achtern spielt oder zwei Zehnern, wie bei Hamburg ja oft auch der Fall gewesen, also dann würde auch ein zentraler Mittelfeldspieler meines Erachtens nach Sinn machen, sonst ist es eigentlich für mich ein bisschen Quatsch, weil das die Position ist, wo wir eigentlich ganz gut besetzt sind. Nächstes Gerücht, ebenfalls aus der kroatischen Liga, Dion Drena Belgio, das ist ein ganz interessanter Mann, wenn man sich einfach nur mal seine Zahlen anguckt, also der ist 20 Jahre jung, 1,95 groß und Mittelstürmer, also Mittelstürmer, das könnte schon ein Thema bei uns werden, Piontek müssen wir eigentlich abgeben, ich hoffe, wir finden einen Käufer, der ein bisschen Kohle für ihn bezahlt, auch wenn er ein super Stürmer ist. Selke weiß man nicht, wie es weitergeht, Vertrag läuft nächstes Jahr aus, Jessic geben wir leider ab, aufgrund der Kaufoption, die Greuther Fürth hatte, aber mit Rückkaufoption, da habe ich mir übrigens auch noch mal einen kleinen Exkurs Gedanken gemacht, es gibt ja jetzt neue Regularien, wie viele Spieler man verleihen darf und vielleicht ist es gar nicht, vielleicht ist es doch Fredi Bobic Masterclass, weil ich habe gesagt, ey, verlängere den Vertrag von dem und verleihe den, aber vielleicht, wir wissen ja gar nicht, wie viele Spieler wir tatsächlich loswerden, wir haben ja 10 Leihspieler, vielleicht können wir gar nicht genug loswerden und müssen die verleihen und dann blockiert Jessic und Gang haben das, wenigstens haben wir eine Rückkaufoption, wir wissen ja nicht, wie teuer sie ist, vielleicht sind es ja auch nur 4 Millionen oder so, vielleicht ist das quasi das neue Leihkonzept, also kann man auch zwiespältig sehen, vielleicht darf ich das gar nicht so drastisch kritisieren, auch wenn ich sage, der würde uns weiterhelfen, weil gerade Njovitic hat nur noch ein Jahr Vertrag, also das letzte halbe Jahr war von ihm wirklich nicht gut und der kann allenfalls Ergänzungsspieler sein mit seinen ganzen Verletzungen, bei Belfodil wissen wir noch nicht, wird er verlängert, haben wir da eine Option bis 2023 oder hat er Vertrag bis 2023, bleibt er, ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall wird Sturm ein Thema und Dion Drena-Beljo ist ein sehr junger Spieler mit tollen Statistiken aus der kroatischen Liga, hat einen Marktwert von 3 Millionen Euro und noch Vertrag bis 2025 also müssten wir wahrscheinlich auch rund 3 Millionen für ihn blättern, er war diese Saison an NK Istra ausgeliehen in der kroatischen Liga, die sind am Ende neunplatzierter gewesen, in der kroatischen Liga gibt es zehn Klubs, sind aber nicht abgestiegen, weil nur der Zehnter absteigt, also hat quasi seinem Klub zum Nicht-Abstieg verholfen und das müsst ihr euch mal so auf der Zunge zergehen lassen, also er hat bei dem zweitschlechtesten Klub in 33 Spielen 14 Tore und vier Vorlagen erzielt, das ist schon eine sehr, sehr gute Bilanz für einen 20-jährigen Stürmer, vor allem bei einem Klub, der ja eben nicht wahnsinnig viele Tore schießt, sondern eben zu der, zu den schlechtesten beiden Mannschaften gehört, insgesamt hat er für NK Istra in der Laie in 36 Pflichtspielen sogar 19 Tore und vier Vorlagen erzielt, also rein von den Statistiken her ein sehr, sehr interessanter Mann, sein eigentlicher Verein, zu dem er jetzt auch erstmal zurückkehrt, ist NK Ossi, wie heißen die, NK Ossijek, die sind dieses Jahr Dritter geworden in der kroatischen Liga, da hat er halt nicht so richtig stattgefunden, deswegen hatte man ihn auch verliehen, für die hat er 16 Pflichtspiele gemacht, hauptsächlich Kurzeinsätze, ein Tor und eine Vorlage, vorher hat er bei NK Ossijek in der zweiten Mannschaft 38 Spiele gehabt, neun Tore, drei Vorlagen, also das fände ich, vor allem, weil er auch nicht teuer ist, weil er eben aus, weil eben Bobic auch gute Kontakte in den osteuropäischen Raum hat und da eigentlich ein gutes Fingerspitzengefühl hat, das fände ich eigentlich einen ganz interessanten Transfer, weil er eben auch nicht so teuer ist und weil er eben auch noch so jung ist und auch für die, schon für die Kroatien U17 bis U21 Nationalmannschaft acht Spiele gemacht hat, das könnte dann endlich mal so ein Transfer sein, wo man sagt, boah, wo hat er den hergeholt, also solchen Transfers gegenüber bin ich gar nicht so abgeneigt, finde ich zum Beispiel viel, viel besser, sich einen mit einer Superstatistik aus der kroatischen Liga zu holen, als sich einen Maulida zu holen, der sich bei einer mittelmäßigen Mannschaft in der französischen Liga überhaupt nicht durchsetzen konnte über Jahre, ja, dann lieber so ein, der bei einer fast abgestiegenen Mannschaft, einer Mannschaft, die sich im Abstiegskampf gefunden hat, tolle Statistiken nachweisen kann, natürlich kann ich jetzt nur nach den Statistiken gehen, ja, gesehen, live habe ich den ehrlich gesagt noch nicht. Ja, und dann gab es Quelle Vertrauen mir, Bruder, das Gerücht, was ja Mepi gestern in seinem Video auch schon geäußert hat, da wollte ich nur mal meine Meinung zu sagen, weil es einfach viele Leute geschrieben haben, was ich denn von ihm halten würde, Amiri, keine Ahnung, ob das jetzt realistisch ist, das Gerücht, Real Niko hatte den ja auch schon bei Werder Bremen ins Spiel gebracht, er ist 25 Jahre jung, zentraler offensiver Mittelfeldspieler, deutscher Nationalspieler, er hat immer noch einen Marktwert von 9 Millionen Euro, ist auch zentraler offensiver Mittelfeldspieler, also kann ZM und zentrales offensives Mittelfeldspieler, also genauso wie bei Krovinovic, ist das einer, ja, wenn wir Suat Serdar verkaufen, macht der Sinn, aber ist das dann wirklich eine Verstärkung und ist der günstiger, das frage ich mich wirklich im Vergleich zu Serdar, da würde ich ja dann doch eher auf einen günstigeren Transfer aus der kroatischen Liga setzen, ja, unter Vertrag steht er noch bis 2024 bei Bayer Leverkusen, also ich denke mal nicht, dass sie den unter 6, 7 Millionen abgeben, das heißt, er wäre schon, was die Ablösesumme angeht, sehr, sehr teuer für unsere Verhältnisse, wenn wir einen Transferüberschuss erzielen müssen, er wäre wieder keiner für die Flügelposition und er wäre einer, der ja sich bei Leverkusen jetzt nicht so richtig durchsetzen konnte die letzten Jahre und nicht mal bei seiner Laie richtig überzeugen konnte, er war ja in die italienische Liga an CFC Genua ausgeliehen, mit denen ist er dann tatsächlich auch abgestiegen, hat in 13 Spielen leider kein einziges Tor erzielen können, nur zwei Vorlagen, also so richtig überzeugt hat er da nicht, bei Leverkusen hat er jetzt insgesamt über 100 Pflichtspiele gemacht, 101 Pflichtspiele, 8 Tore, 17 Vorlagen, ist okay die Bilanz, kam er damals aus Hoffenheim, wo er echt überzeugt hat und auch Nationalspieler geworden ist, da hat er 100, ist er erst bei Leverkusen Nationalspieler geworden, auf jeden Fall wurde er bei Hoffenheim ausgebildet und wurde dort auch Jugendnationalspieler, bei Hoffenheim hat er 115 Spiele, 13 Tore, 13 Vorlagen, wie gesagt, kam aus der Hoffenheim-Jugend, hat auch für Hoffenheim zwei, 22 Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen gemacht, für die U19, 24 Spiele, fünf Tore, drei Vorlagen und ist wie gesagt sogar schon A-Nationalspieler, also einer der wenigen, die bei uns mal gespielt haben, die deutsche A-Nationalspieler sind, hat fünf Spiele gemacht für die A-Nationalmannschaft, keine Torbeteiligung, aber hat sehr, sehr viel für die U18 bis zur U21 der deutschen Nationalmannschaft gespielt, insgesamt kam er da auf 56 Spiele und 11 Tore, was natürlich eine tolle Bilanz ist, aber wie gesagt, Karriere in den letzten Jahren ein bisschen ins Stocken geraten und bei Leverkusen verdienst du einfach auch gutes Geld, also wenn du von Hoffenheim verdienst du schon nicht schlecht zu Leverkusen wechselst, dann wird der schon ein massives Gehalt haben, klar, ich kann mir schon vorstellen, weil Leverkusen halt auch so viele Alternativen auf seiner Position hat, gerade bei Wirtz wird der sowieso nie vorbeikommen, aber dann gibt es ja auch noch einige andere Spieler, die diese Position bekleiden können, wie unter anderem Demirbay etc., glaube ich nicht, dass Leverkusen ihn behalten will, die würden den schon gerne verkaufen, aber ich glaube nicht, dass die runtergehen auf drei, vier Millionen, was für uns eine Zahl wäre, wo ich sagen würde, dann macht der Sinn, aber ganz ehrlich, bei allem über sechs Millionen, was er wahrscheinlich kosten würde, was ist das dann für ein Transfer, selbst wenn wir Suat verkaufen, ja, hast du ein bisschen Transferplus gemacht, aber ich würde dann fast schon Suat mit noch mehr Potenzial einschätzen als einen Amiri und ganz ehrlich, vom Gehalt her würde ich tendenziell sogar eher sagen, würde der Minimum genauso viel verdienen, es sei denn, er gibt jetzt, ja, er verzichtet jetzt auf mega viel Gehalt, um unbedingt bei Hertha zu spielen und auch von der Mentalität, also das ist jetzt wirklich nicht der Spieler, wo ich sage, boah, der will bestimmt nur für Hertha spielen, weil er richtig Bock auf das Projekt hat, der wäre dann auch wieder einer, der kommt wahrscheinlich wegen des Geldes und der Stadt oder eben, weil er eben auch wieder spielen will, aber einer, ja, der eben im letzten halben Jahr beim italienischen Absteiger so wenig Präsenz gezeigt hat, weiß ich nicht, wäre für mich, um ehrlich zu sein, obwohl ich die anderen beiden Spieler weniger kenne, die hier im Gespräch waren, einer, wo ich sage, lieber Abstand von dem, wie seht ihr Amiri, wie seht ihr die anderen beiden Spieler, würde mich interessieren, gerne in die Kommentare, morgen würde ich dann, ja, über einen anderen Spieler was sagen, der ablösefrei zu haben wäre, ob das was für mich wäre, über die Mitgliederversammlung werde ich natürlich eine Zusammenfassung machen und wird aber erst spätabends kommendes Video, weil ich ja tagsüber bei einer Besichtigung in Magdeburg bin, weswegen ich leider der Mitgliederversammlung auch nicht beiwohnen kann, aber, ganz vielleicht, muss ich mal schauen, ob ich Zeit finde, werde ich morgen die DFB-Pokal-Auslosung auf Twitch abends auch streamen um 18, 19 Uhr, müsst ihr mir auf Instagram folgen, dann seht ihr immer, wenn ich spontan online gehe, ansonsten, was feststeht, ist unser legendärer Montag-Stream, da haben wir auch auf einiges wieder zu reagieren, beginnt ab 21.30 Uhr, freue ich mich sehr auf euch, ansonsten wünsche ich euch jetzt ein fabelhaftes Wochenende, viel Spaß morgen bei der Mitgliederversammlung und wir sollten unbedingt, alle, die nicht zur Mitgliederversammlung gehen, weil sie vielleicht keine Mitglieder sind oder so, oder keinen Bock haben, geht doch gerne zum U19-Finale von unseren Jungs und unterstützt sie da zahlreich, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, macht's gut, ihr Edelmänner, bis dann und danke für euren tagtäglichen Support.